Weißt du, was er gesagt hat? Es sei zufrieden, es sei zufrieden. Es sei zufrieden, es sei zufrieden. Es sei zufrieden. Es sei zufrieden, es sei zufrieden. Es sei zufrieden, es sei zufrieden. Vielen Dank. Vielen Dank. And then I'll turn to Mr. Robert Ballanter, so that we'll follow up. Okay. Thank you. Today, remembering and honoring the International Holocaust Remembrance Day, with a very moving exhibit on room 28 in Theresienstadt. I would like to welcome Maragelda Olavkinstie, one of the survivors of room 28. And I would like to personally welcome also the relatives of the room 28 inmate Erica Stranska, who have traveled all the way from Brazil to be here. Let me first recall that to remember those who perished in Europe's service, our, is a very important fact. Because those who cannot remember cannot build the future. The past is the basis for our future. And I think that is also why the exhibit, which we are going to discover altogether in some moments, is so moving. In other words, sans doute, l'Europe, occupée partout des justes, se levèrent à l'indifférence générale pour sauver les Juifs au risque de leur vie. In other words, salutons-là, ces héros discrets de la solidarité humaine en Europe, ils ont sauvé non seulement des centaines de milliers de Juifs de la déportation et de la mort, mais ils ont aussi sauvé l'honneur de l'Europe tout entière qui vacillait dans ces années de ténèbre de l'exposition de l'art 45 en Europe. C'est pourquoi cette exposition revêt pour nous une importance particulière. Elle témoigne en effet d'une volonté européenne de refuser l'oubli de ce qui fut la tragédie majeure de l'histoire des Juifs en Europe, mais aussi de proclamer à nouveau, et je dirais toujours, que l'Union européenne repose sur des valeurs, des valeurs de liberté, d'égalité et de respect de la dignité humaine incompatibles avec l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. L'Union européenne est fondée. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Union européenne est fondée. Sie sind in den Augenblick. Gut Gutmann, ein Mädchen von Rund 28, hat ein paar Tage später geschrieben, in einem Essay, der ist besorgt. Einige unserer Mädchen wussten, dass es ein Signum gibt, wenn Sie gut sind, und mit Olga, wenn Dinge natürlich sind. Sie vertrauen mir, ich vertrauen Sie. Sie wissen, was ich wissen. Whatever shall be, we never betray the trust between you and me. Sunday, September 5, 1943. What a day this was, but it is all over now. All of them are now in their home of Barat, waiting towards such many. Pavla, Helena, Denica, Oliver and Volker. The goodbyes were hard, but we were all very brave, except for Hannover, whom I saw really breaking down in this, was our loss from an end. We all felt, that the real room 28 was gone forever. And the other day, I went through the city of Tereus, that was so slow, that was so slow, that was so slow, you are here, that was my road, that was my road, that was no end. Der hat dort knapp, hat mir was teilt. Dort knack, hat mir was teilt. Dort bleib ich auf der Brücke, schütt und schrug ins Tal hinaus. Ich möchte so gerne weitergehen. 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 Nach Haus, du fünder, du hares Gott, du darfst das Herz mir stehen. Wann hat mir was, du hauset Gott? Wann hat mir was, du hauset Gott? Nun hab ich keines mit. Nun hab ich keines mit. Ich wende mich betrübt und matt. So schwer wird hier dabei. Therese Stadt, Therese Stadt, wann wohl das Leid ein Ende hat. Wann sind wir wieder frei? Wann sind wir wieder frei? Für mich war es wie ein Pärin, mit Stärken, Dance und Singen auf dem Meadow. Ich bin noch ein Pärin, mit Stärken. Nach dem Konzert, ich wollte nicht mehr leben. Warum bin ich hier in der Riesenstadt? Hier ist alles so schön und jetzt ist das, das große Riesenstadt. Ich wollte es nicht sehen, dass es in der Pärin, da ist Musik. Und hier, auf der anderen Seite, ist ein Präsent. Musik ist eine beurteile Location für die humanität, etwas, was die Menschen haben. Musik ist eine beurteile Location für die humanität, und die Luft ist leicht und krank, und die Wolken sie verübert, und nur grenzt mich fest im Arm. Durch den Blatt ist der Platz, riss die neue Denkens zu, und dann hab ich mit mein Schanzer alle Tag meist aufgefunden. Und werden in Kreise gedreht, wenn schwindlig wir alt machen werden, dann wird man gesehen, wo man steht. Applaus ... 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